Hey ihr da und erstmal Dankeschön, dass ihr das Video eingeschaltet habt und Willkommen bei AervoVolComputer. Nach langer Zeit gibt es hier endlich mal wieder von mir, dem Skyliner oder auch Stefan ein Video. Heute schauen wir uns Office 2010 und Office 2013 an. Ich werde hier eher auf Office 2013 eingehen und Office 2010 nur als Vergleich nehmen, was sich da jetzt so geändert hat. Jetzt hier mal zum einen, wo ich da ist. So gibt es das Office 2010 Paket hier in der Home and Student Version, also Zuhause und Student Version. Dort ist Word, Excel, PowerPoint und OneNote dabei. Das Ganze ist im Familienpack, das heißt man hat drei Lizenzen für keine kommerziellen Zwecke. Hier hätte man dann das Office 365 Logo. Entweder wird das Logo so aussehen, also wie in der neuen Metro Ansicht und auch wie beim neuen Windows Logo oder so. Mir gefallen beide recht gut, schon mal vorweg gesagt. Und hier, so wird das Microsoft Office 365 oder auch 2013 Paket aussehen. Das Ganze in der Metro Ansicht. Werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich da jetzt weiter drauf eingehen werde. So jetzt erstmal die Frage vorweg, woher habe ich denn eigentlich diese Version hier? Zum Beispiel, woher kriege ich jetzt auf einmal ganz einfach Office 2013 und dann alle Programme? Oder woher kriege ich auch Office 2010? Ganz einfach, Office 2010 ist gekauft. Auf Nachfrage beweise ich es euch auch. Und hier, wie ihr jetzt an die Office 2013 oder Office 365 Programme kommt, zeige ich euch jetzt. Ihr geht einfach auf Google, sucht nach Office 365 Preview. Hier oben Office 2013 Preview und wählt das erste Ergebnis aus. Und dann seid ihr hier. Hier könnt ihr euch ein Video angucken. Und hier seht ihr auch gleich, welche Anwendungen enthalten sein werden. Zum Beispiel Word, Powerpoint, Excel, OneNote und Outlook. Und was es hier für Unternehmen gibt. Hier gibt es nämlich das Office 365 Pro Plus. Small Business Premium wird wahrscheinlich die neue Home & Student Version sein. oder das Office 365 Enterprise. Und na klar wird es das Ganze auch wie das Server basiert geben. Wie zum Beispiel SharePoint, Exchange, Link, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe da jetzt noch nicht, bin da jetzt auch noch nicht näher drauf eingegangen. Verspreche for the win. Allotrix Zuschauer werden wissen, was ich gerade meine. Ja, und wenn ihr das Ganze testen wollt, gehe ich mal davon aus, müsst ihr auf Testen in Englisch klicken. Das heißt, also das ENGL Punkt heißt, dass es das Ganze nur in Englisch gibt. Und im Nachhinein werdet ihr auch feststellen, dass es das Ganze in Englisch und Spanisch gibt. Deutsch gibt es nicht. Ja, Microsoft ist ja in Amerika tätig und, beziehungsweise hat dort seinen Hauptsitz und deswegen ist es halt in Englisch. So, was sehen wir jetzt hier? Hier sehen wir einen Laptop mit einer 5. Das heißt, man hat pro E-Mail-Adresse, sage ich jetzt mal, also pro Windows-Live-Account, 5 Lizenzen. Also man kann es auf 5 Rechnern gleichzeitig installiert haben. Dadurch, dass das Office 365 sehr viel mit dem Netzwerk zu tun hat, naja, wird es Windows relativ, ey, warum sage ich immer Windows, Microsoft rausfinden, Entschuldigung, wird es Microsoft rausfinden, wie viele Lizenzen ihr habt, werdet ihr auch gleich sehen. Und wenn ich weiter drauf eingehe, da schreibt Microsoft schön viel mit. Und hier halt noch, was ich nicht schlecht finde, die Microsoft Cloud namens SkyDrive mit einzubinden. Somit hat man seine ganzen Dokumente sofort auch online verfügbar. Ich habe mich jetzt da noch nicht so eingearbeitet. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob die jetzt sofort online sind oder erst nachdem man gesagt hat, hier, ich will sie online haben. So, so viel vorweg. Dann ist halt hier noch die typischen Office-Anwendungen, wie ich euch schon da vorne gezeigt habe. Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneNote, Outlook, Publisher und Ages dabei. Und ja, noch eine kleine Info steht hier ganz klein im Eck. Windows 7 oder Windows 8 erforderlich. Also ihr braucht mindestens Windows 7 in der Startversion. Es reicht 32 Bit. Ja, und jetzt könnt ihr auf jetzt testen klicken. Mache ich jetzt nicht. Weil, wenn ihr auf jetzt testen klickt, kommt ihr zu einem ganz normalen Windows Live Anmeldebildschirm oder zur Anmeldeseite. Nachdem ihr euch dann eingeloggt oder registriert habt, kommt ihr hier zu diesem Feld, wo ihr dann sehen könnt, dass ihr hier gerade die Home Premium Preview testen wollt. Und, Entschuldigung, und ja, auf welchen PCs es schon registriert ist, habt ihr ja theoretisch noch nicht. Und dann könnt ihr halt hier noch auswählen, Language and Install Options, also Sprach- und Installationsoptionen. Denn, äh, dann könnt ihr hier auswählen, ob ihr die 32- oder 64-Bit-Version haben wollt und in Englisch oder Spanisch. Die, die schreiben hier auch, dass die halt die Office 32-Bit-Version empfehlen, weil einfach die 32-Bit einfacher für ein Betriebssystem ist. Wenn ihr jetzt einen guten Prozessor habt und auch die, äh, und auch eine Version von Windows 7 oder Windows 8 in der 64-Bit-Version, könnt ihr euch dann auch 64-Bit holen. So, so viel vorweg. Und dann könnt ihr euch hier halt noch runterladen. Und wenn ihr das Ganze jetzt installiert habt, brauche ich ja jetzt nicht für euch tun. Habt ihr die ganzen Programme, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Ages und Publisher auf dem Rechner. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal hier Word 2013. Dann seht ihr hier gleich das schicke Startbildchen, auch im Metro-Design. Ja, was ist jetzt neu? Zum Beispiel hier noch im Vergleich Word 2010. Startet einfach so. Und Office 365, wo bist du, da bist du, hat halt hier jetzt noch so einen, wie soll man sagen, Start- oder Willkommensbildschirm, wo man hier gleich verschiedene Designvorlagen auswählen kann. Zum Beispiel, ich will jetzt, äh, einen ganz normalen Brief schreiben, dann kann ich hier auch schon Vorlagen haben. Oder, einfacher gesagt, hier, ich will irgendwie ein Dankeschön-Zertifikat auswählen. Dann kann man das hier mit einem Doppelklick starten. Theoretisch rechts einmal, dann kommt hier nur die Vorschau. Und dann kann man halt hier alles schön ändern und ein Dankeschön dazu und was weiß ich noch alles. Finde ich recht schön. Obala. Wenn man dann hier auch wieder auf File geht, kommt man hierher. Und hier sind wir hier wieder bei unseren Vorlagen. Na klar kann man auch ein ganz normales, weißes Dokument haben, wie wir es auch von Office 2010 kennen. Hier nochmal der Beweis oder Vergleich. Und, äh, wie ihr auch sehen könnt, es gibt relativ viele Vorlagen für Kalender, für keine Ahnung was, für Flyer, zum Beispiel jetzt aus aktuellem Anlass für Halloween. Die werden euch auch immer wieder passend runtergeladen, also solche Vorlagen passend zur aktuellen Jahreszeit oder was halt aktuell so ansteht. Und, na klar sind halt auch so Sachen wie Birthday und so dabei. Ja, dann gibt es hier eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ihr seht hier halt schon relativ viel Metro-Style. Ja, ist so heil, sei sich auf dem PC, nicht im Internet. Ja, wenn ihr das... Warum rutscht das jetzt da runter? Achso. Machen wir das Ganze wieder rückgängig. So, dann ist es nur noch eine Seite. Ich ziehe es jetzt mal hier an die Seite und hole mal, äh, das 2010er Paket her. Wenn es tun wollte. Und so, jetzt habt ihr hier mal beide im Vergleich. Machen wir hier auch mal ein leeres Dokument auf. Äh, new blank document. Und so. Was hat sich da jetzt getan? Man, es ist, na ja, schlichter geworden. Halt Metro-Design mäßig. Hier seht ihr noch schön so Grau-Verläufe oder so leicht Grau und hier ist nur noch fast komplett weiß. Und auch hier das Einfügen ist hier noch schön zu sehen und so. Und das Notizbrett kann man auch noch als Notizbrett erkennen. Das sind jetzt nur noch die, die, ist jetzt nur noch die einfachste Variante würde ich sagen. Und da ist der Klemmhalter und da ist das Brett und so. Naja, sieht teilweise auch recht schick aus, aber mir gefällt das wie beim 2010er einfach besser. Aber sonst würde ich sagen, hat sich hier nicht viel getan. Ja, man kann halt mittlerweile auch Online-Bilder einfügen. Habe ich jetzt noch nicht getestet. Den kann man ja jetzt mal machen, so dass man einfach direkt von Bing, also von der Bing-Suche, die gehört ja zu Windows, dass man das da halt einfügen kann. Und hier kannst du halt noch dein Feedback abgeben und ja. Würde ich sagen, sputen wir uns ein bisschen, weil sonst wird das Video geschätzte drei Jahre lang. So, was haben wir hier sonst noch? Hier können wir ein Design auswählen, wie schon ganz am Anfang. Und so weiter und so fort können, können wir hier jetzt nicht so arg. Aber was auffällt, hier beim Office 2010 und hier dann beim 2013er oder Office 365, ist es eigentlich schon fast relativ gleich geblieben von der Datei, von dem Feld Datei. Du kannst halt hier immer noch öffnen, speichern, speichern, als drucken, teilen kannst du mittlerweile. Und das kannst du hier auch speichern und senden. Und dann kannst du das Ganze exportieren, zum Beispiel als PDF, XPS-Dokument oder als geänderten Dateityp, zum Beispiel als Word 97-2003, also als .doc. Aktuell würde ja das Ganze in .docx gespeichert werden, nur so am Rande erwähnt. Und ja, das war's jetzt mal von Word, von beiden Seiten. Nein, das speichern wir jetzt nicht. Und ja, in Excel hat sich auch nicht arg viel getan. Starten wir mal beides auf einmal. Jetzt mache ich das Ganze schon wieder falsch. Mann. Hätte ich ein bisschen vorbereiten können. Naja, egal. Was sehen wir hier? Hier sehen wir auch wieder den Startbildschirm, den wir ja von Word schon kennen. Hier gibt es auch wieder perfekte Designs. Für irgendwelche Vorlagen, zum Beispiel hier als Flowchart oder wenn man hier eine schicke, einen schicken Planer machen will oder was weiß ich denn alles. Oder na klar, die ganz normale Planke-Variante, wie wir sehen hier gleich von Anfang an hatten von dem Office 2010. Dann haben wir hier, hier haben wir jetzt einfach mal das Planke-Haus, hier einfach nur kurz im Vergleich, hat sich auch wieder nicht arg viel getan, außer dass es halt alles im Metro ist und dass man hier halt, dass er jetzt noch in der Preview, also Testversion ist, halt immer noch sein Feedback, ich nenne es gerne Feedback, abgeben kann und damit halt Microsoft weiß, was kann man noch besser machen, Was kann man, kann man so lassen oder was kann man ganz wegschmeißen. So. Ja. Bei OneNote kann ich euch auch noch was zeigen und ich kann euch gleich auch noch PowerPoint zeigen. Ja, hier kann man mit der Cloud seine ganzen, also es ist hier ganz witzig zu sehen hier, zum Beispiel bei OneNote, hier verlangt nämlich, das Office 365 Paket gleich Login-Daten zu deinem Microsoft, also zu deiner Windows Live ID. Das heißt, damit du die ganzen Dateien halt auf deiner SkyDrive, also auf deiner Windows Cloud, verfügbar hast. Und ja, wollen wir ja jetzt nicht machen. Sieht dann ungefähr fast genauso aus, wie der Vorgänger 2010. Würde ich sagen. Dann hast du hier oben auch wieder deine ganzen, ganzen Sachen auch wieder im Metro-Style. Und ja, hier hast du diesmal keine Vorlagen. Sondern hier kannst du halt nur direkt aus SkyDrive dann runterladen und hochladen. Und nachher dem Computer halt oder Notebook noch einen Namen geben, damit der halt auch in deiner SkyDrive sichtbar ist, damit du das Dokument halt vom Harald-Rechner hochgeladen hast und so. Und ja, kommen wir noch zu PowerPoint. Ich glaube, da hat sich auch nicht so arg viel getan. Tun wir mal das 2010er geschwind auf die Seite. So, hier sehen wir wieder solche Vorlagen, wie wir sie gerade eben schon bei Excel und Word gesehen haben. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal hier die Vorlage Slice. Die macht mich gerade irgendwie an. Und jetzt habe ich schon wieder doppelt geklickt. Hoppala. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier nur einmal drauf klickt, wie man sie auch im Internet tut, dann seht ihr hier so eine Vorschau, wie das dann ungefähr aussehen kann. Also so Beispielseiten würde ich jetzt sagen. Und wenn euch jetzt das gefällt, ihr könnt es jetzt auch noch zum Beispiel direkt in Grün haben, könntet ihr das noch nachträglich ändern. Oder hier in Rot oder Orange. Mich macht aber irgendwie gerade das Blau an. Also, createn wir mal, also erstellen wir mal. Und dann können wir halt hier ganz normal, wie wir es gewohnt sind, im PowerPoint arbeiten. Ich will jetzt die Seite 1, bitte. Und so. Hier finde ich, hat sich auch nicht arg viel zum Vorgänger 2010 getan. Hier sieht man es halt noch relativ arg, dass die hier mit den Wörter Arzt arbeiten. Hier sieht man es halt noch relativ arg, dass die hier mit den Wörter Arzt arbeiten. Mit den neuen Wörter Arzt, die es seit Office 2007 gibt. Und hier arbeiten sie halt mit Schrift, die auch viel im Metro-Stil vorkommt. Und die Schrift ist da ganz im Metro-Stil gehalten. Was hat sich vielleicht noch geändert, wenn man jetzt hier auf Slideshow geht? Ne halt, wo konnte man das einstellen? Also hier kann man, kann man auswählen, äh, hier kann man seine Monitore auswählen. Da ich ja das Glück habe und zwei Bildschirmen zu Hause habe, kann ich hier jetzt auswählen, welche Monitor was ist und ob ich jetzt die Präsentationsansicht haben will. Wenn ich, dann würde ich sagen, testen wir das Ganze doch einfach mal. Ich nenne es hier jetzt einfach mal Test und Ever4Computer. Wenn ich jetzt auf F5 gehe, da ich jetzt nur meinen großen Bildschirm rekorde, seht ihr halt jetzt die Präsentationsansicht, die viele noch gar nicht kennen. Dann, ihr habt ihr zum Beispiel gleich, äh, so eine kleine Stoppuhr, die ihr anhalten und zurücksetzen und wieder von vorne laufen lassen könnt. Ja, die läuft dann immer wieder los, die kannst du nicht, da musst du mehr schnell sein am Anfang. Ja, und dann kannst du hier noch, also hier unten deine Taskbar, die ich ja jetzt auf einem zweiten Bildschirm habe, äh, haben, hier kannst du noch Displayeinstellungen vornehmen und hier kannst du dann klar die Slideshow, also Bildschirmpräsentation beenden. Hier auf diesem Feld siehst du, was die anderen auf dem Beamer oder auf dem zweiten Präsentationsbildschirm sehen. Und hier siehst du, äh, also hier sieht man, äh, halt die nächste Folie, die kommt und hier deine Notizen, die man sich gemacht hat. Hier kannst du zum Beispiel, äh, schön mit einem, mit einem Edding oder so Sachen markieren. Und die, nachdem du die Maustaste losgelassen hast, wird es dann für die anderen sichtbar. Also du kannst jetzt hier eine Linie so lang ziehen, oder ihr könnt so lang eine Linie ziehen, bis ich die Maustaste loslasse, Entschuldigung, und, äh, erst dann ist es sichtbar für die anderen. Und nun wegmachen, äh, warum ist das noch da? So, hier habt ihr jetzt zum Beispiel nur Laserpointer, da passiert nichts, wenn ihr rumklickt. Da kannst du dann einfach nur umrahmen, zum Beispiel, hier ist das, und hier ist das, und hier ist das, und hier ist das, und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann hier unten hier auf den Pfeil geht, oder auch Pfeil, so, könnt ihr auch ganz normal mit der Tastatur machen, wie ihr es kennt. Dann kommst du halt hier zu deiner zweiten Folie. Hier kannst du in die Folie reinzoomen, dass du zum Beispiel nur den unteren Bereich hast, dann bist du plötzlich da unten drin. Dann klickst du nochmal drauf, bist du wieder zurück. Hier kannst du das Ganze zu einem schwarzen Bildschirm machen. Dann klickst du wieder drauf, hast du wieder alles. Und hier kriegst du halt noch weitere Optionen. Wieder deine Notizen, und hier siehst du, dass es deine letzte Folie ist. Und jetzt steht bei dir hier unten End of Slideshow. Click to exit, also Ende der Bildschirmpräsentation, klicken zum Beenden. Das weiße, als die Schrift hier, die seht nur ihr. Der zweite Bildschirm ist jetzt komplett schwarz. Naja. Klicken wir nochmal drauf, dann sind wir wieder hier zurück. Speichern wir jetzt mal nicht. So, zeigen wir euch das Ganze noch im 2010er. Ne, büpp, büpp. Und hier können wir es noch, so wie bei 2003 einrichten, mehrere Bildschirme, Bildschirmpräsentationen, Anzeigen auf. Ich nehme meinen zweiten Bildschirm, also den PNP, Plug and Play Monitor. Und dann wäre ja auch die Präsentationsansicht, weil sonst hätte ich nur einen weißen Bildschirm. So, dann kann ich hier auch mal eine neue Folie einfügen. Hier Folie 2. So, dann kann ich jetzt mal sagen, F5. Haben wir hier eigentlich fast genau das gleiche, nur halt, dass bei 365 alles im Metro-Design ist, aber das erzähle ich euch jetzt schon im gefühlten tausendsten Mal. Hier hast du halt ein relativ großes Notizfeld, was manchmal nicht schlecht sein kann. Hier unten hast du dann deine ganzen Folien in so einer Zeitleiste. Hier hast du die Zeit, die kannst du hier leider nicht anhalten. Du hast hier aber genau so einen Pfeil, Stift, Textmarker. Oder sonst jetzt Stift. Nicht so schön wie jetzt im Office 365. Die Auswahl, aber... Ja, ich kann nicht zeichnen. Alle frei, alle Freihand auf Folie löschen. Dann müsste eigentlich alles wieder weg sein, sage ich doch. Ihr habt ja halt auch wieder eure Optionen. Hier könnt ihr Folie zurück und vorgehen. Denke ich mal, ist alles klar. Hier könnt ihr, glaube ich, dann noch in die Not... Genau, hier könnt ihr in die Notizen rein zoomen. Und dann klar, auch wieder raus. Okay, wenn ihr jetzt auf einer Folie was zeichnet, zum Beispiel hier, zeichnen wir jetzt einfach mal einen Strich. Oder ein halbes L ist das ja. Das bleibt dann verfügbar. Und dann... Klar könnt ihr doch, glaube ich, hier auch irgendwie ausblenden, zu schwarz, oder geht das nicht? Doch. Halt ein bisschen umständlich. Aber es geht. So. Würde ich sagen, kommen wir zur Folie 2 und beenden das Ganze wieder. Bei der aktuellen Version, also 2010, sieht es halt noch jeder, dass die Bildschirmpräsentation zu Ende ist. Kann schön sein, kann aber auch doof sein. Und dann werden wir auch noch von PowerPoint gefragt, diesmal auf meinem zweiten Bildschirm. Wollen Sie Ihre Freihandanmerkungen beibehalten? Nein, die möchte ich bitte verwerfen. So, gibt es eigentlich noch was zu erzählen? So, jetzt haben wir ja schon mittlerweile fast eine halbe Stunde hier zu Office 365 was geredet. Naja. Zeigen wir halt noch Ages und Publisher. Beide auf einmal. So, fangen wir mit Publisher an, weil der gerade als erstes kommt. Der lässt hier noch seine Templates, seine Vorlagen. Dann, hier haben wir zum Beispiel, hier auch wieder die Zertifikatsvorlage oder hier zu einem Fotoalbum in grauem Kontrast oder so. Oder hier Hochzeitsvorlagen und so. Oder hier mit Publisher kann man auch Kalender machen. Dann, äh, Adresskarten, also so Visitenkärtchen im, äh, Metalllook. Hier kann man Broschüren machen, äh, wie, wie gerade eben auch schon die großen Flyer und so und Adresslabels. Also, auch wieder so Visitenkarten, äh, Zertifikate, Kalender, Dankeschönkarten, Absenderkarten und was weiß ich noch alles. Ich denke mal, da wird es noch relativ viel mehr geben, wenn, äh, das draußen ist. Das ist ja bisher nur das Windows eigene, wenn wir dann noch später Leute was dazu machen und was ich die dann runterladen kann. Oder die es vielleicht auch noch irgendwie direkt von Microsoft zum Download gibt oder die dann automatisch runtergeladen werden. Das weiß ich ja noch nicht, wie das da sein wird, habe ich mich jetzt auch noch nicht schlau gemacht. Naja, vielleicht wird es dazu noch ein Video geben, das dann nicht so lang wird. Naja, wenn man hier zum Beispiel jetzt hier, ach, wären wir doch gerade mal, wo war die Broschüre, also der Flyer hier. Wie gesagt, hier könnt ihr wieder reingucken. Könnt ihr hier auch sagen, Create oder gleich den Doppelklick machen. Dann braucht ihr das erstmal ewig lang zu laden, liegt aber eher gerade, glaube ich, an meinem PC eher. Dann habt ihr hier halt beide Seiten als Vorlagen, keine Ahnung, warum die hier oben nicht angezeigt werden. Achso, doch jetzt. Braucht halt doch ein bisschen eine Weile. Hier kannst du dann deinen deinen Stempel hinmachen oder so, also Firmenstempel oder wenn ihr das per Post verschicken wollt. Alter, das ist so ein Poststempel. Und so, hier könnt ihr dann eure eigenen Flyer damit machen. Schade, dass man da nicht auf Seite 2 kommt. Und so, alles Wichtige, was da zu einem Flyer gehört, kann man da noch mit reinmachen. Das genial ist auch da, finde ich schön. Und man hat hier sogar zwei Striche, die in der Hoch- und also in der X- und Y-Achse Mathematiker-Following. Mitwandern. Hier haben wir die X, hier haben wir die Y-Achse. Oder auch Hoch- und Rüber-Achse. Ja. Das war es jetzt von Office 365 von mir. Achso, halt, nee, halt. Ages. Da habe ich mich so nicht schlau gemacht, kann ich euch noch nicht viel dazu sagen. Aber wir können ja hier mal das hier uns anschauen. Hier fährt gerade eine S-Bahn vorbei. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Achtung, schauen wir uns halt hier an, was hatte ich gerade hier, Contacts. Achso, hier kann man dann auch noch so Datenbanken und so, glaube ich, ablegen. Na ja, sei es drum. Ich hoffe, euch hat die kleine Übersicht zu Microsoft Office 365 oder auch bekannt als Office 2010 gefallen. Eine halbe Stunde reden ist für mich dann doch nicht so gut. Na ja, seid gespannt. Vergesst bitte nicht das Abonnieren, Favorisieren, Liken oder Disliken und das Kommentieren solltet ihr auch nicht vergessen. Ich will nämlich mal eure Meinungen zu Office 365 oder 2010 wissen. Mich interessiert auch noch, was ihr benutzt und ob ihr euch die 365 Preview holt oder nicht. Bis dahin, seid gespannt. Euer Skyliner. Tschüss.